Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Elex. So, wir haben Stormthorn gefunden. Ich muss jetzt auch einmal kurz auf meine Karte gucken, wo wir denn jetzt genau sind. Wir sind jetzt hier. Da hinten ist die Farm. Und ich weiß, dass hier eine Stadt ist. Diese Kuppelstadt oder so. Jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir hier hin und gucken weiter oder gehen wir erstmal dorthin? Ach, das ist schwierig, ne? Was haben wir denn da eigentlich noch? Elektronik, ja, Gefährten können wir jetzt erstmal weglassen. Ida, ein gesetzter Berserker. Liegen in Außenposten, Umsee, wo war das? Das war da. Ist also doch noch ein Stückchen weiter weg. Hauptmission war Rachefeldzug. Das Refugium der Separatisten ist da oben. Hä? Okay. Vogelfrei, ähm, das haben wir hier diese, das ist auch ein bisschen weiter weg, das ist da unten. William, da komme ich gar nicht hin. Hm, ich bin schlecht vorbereitet auf das, was ich vorhabe, brauche Ausrüstung, gute Waffe. Klar, gestohlene Gerätschaften. Wo war das eigentlich? Ach, das ist direkt hier. Ray? Okay. Und Gefühlschaos haben wir noch. Das ist auch Ray und da oben. Hm. Machen wir mal gestohlene Gerätschaften. Gehen wir dort mal hin. Und dann können wir ja trotzdem, äh, können wir ja immer noch dort in die Stadt hochsippen. Es wird langsam Nacht und ich denke mal, wir schlafen jetzt. So eklig das jetzt auch ein bisschen ist, aber... Ich halte es jetzt für keine schlechte Idee, ein bisschen ausgerutscht zu sein. Okay, Ray ist da unten irgendwo. Das heißt, wir müssen hier wieder irgendwie runterkommen. Ja. Ist da oben echt kein... Portal oder so? Den Portals fand ich am Anfang ziemlich gut, ne? Ja, und jetzt sind sie echt... Ich glaube, sie sind echt weniger geworden. Bin bereit. Den kriegen wir definitiv nicht kaputt. Da müssen wir jetzt drüber. Rennen, fliegen, ich weiß nicht. Ich renne einfach. Den kriegen wir einfach noch nicht tot. Aber den. Und schnell rennen. Was haben wir denn hier? So, ich muss runter. Ui. Hier sind wieder diese blöden Vögel. Die sind noch ein bisschen problematisch, finde ich. Weil die mal so einen komischen Angriff haben. Aber das Problem liegt auch an mir, weil ich nämlich absolut nicht ausweiche oder blocke. Es ist echt so eine Krankheit von mir. Ich weiß auch nicht. Ich gehe mal mit dem Kopf durch die Wand und dann wundere ich mich immer, wenn das nicht funktioniert. Wir hinterlassen keine Fußspuren im Sand. Hier fängt also so langsam die Wüste an, obwohl ich da hinten schon Eis gesehen habe. Warum? Ein bisschen vorsichtiger sein. Da ist ein Portal. Und ich glaube, wir kommen hier langsam zu einer... Ist das eine Siedlung hier? Portal erstmal aktivieren. Nur Papiere, Zettel. Oh. Von dir wollte ich gar nichts, Falk. Du erzählst kaum was, Junge. Erzähl doch mal was, ey. Hm. Okay. Okay. Hier definitiv. Tiere. Tieren. Ich gucke natürlich vorher immer mal, ob hier irgendwas ist. Oh. Oh. Ray? Hm. Hm. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Zum Sequenzen springen, also zwischen sind die nicht gemacht, also können die irgendwie nicht, weiß ich nicht. Es wirkt irgendwie komisch, wenn eine Sequenz eingeleitet wird und, weiß ich nicht, der Übergang wirkt irgendwie schwammig. Ach, er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alp-Commander. Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Ja. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße. Ist er das? Äh, hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind doch ganz schnell wieder verschwunden. Äh, ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elex gehört jetzt uns. Äh, wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Mhm. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hoch dekorierte Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem dein Instinkt nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Polk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Däh. Wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay. Und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor-die-Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Hey, man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber... Irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vor dem Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit. Sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Fantastisch! Sei ruhig. Ray wird übrigens auch ein Gefährte von uns. Ich glaube, wenn wir seine Quest erledigt haben. Und dann haben wir ja halt noch zwei Frauen. Bei der einen sagte ich ja schon, die kommt eigentlich fast kurz vorm Ende erst. Und die andere entwickelt sich später nach dem Spielende dann auch noch zur Romanze. Mit der muss man auch vorher, bevor man die mitnehmen kann, eine ziemlich lange Quest machen. Und dann kann man die halt mitnehmen. Und desto länger und öfter man die halt mitnimmt, desto mehr entwickelt sich dann halt so eine Romanze zwischen denen. Und ähm... entwickelt sich halt eine Romanze zwischen denen. Und wenn das Spiel dann halt zu Ende ist, dann kann man wohl weitere Quests erledigen. Und dann kann man wohl auch... Ähm... Ja... Kann man wohl dann auch diese Beziehung anfangen. Wie das natürlich aussieht, äh... das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob sowieso so richtig Beziehung ist. Da oben steht jemand. Da oben steht ein Mensch. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Mensch ist. Ne, das ist hier so ein Vieh. Aber wir haben ja gespeichert, ne? Ja. Och ja. Amarei. Ich greife an! Ich greife an! Huch! Also langsam wird's unfair. Oh, 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 oh. Gehen wir nach oben? Wie ist er denn jetzt hier hochgekommen? Wow. 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 Na mein, komm, 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 komm. Jawoll. Den wollte ich jetzt unbedingt töten. Ich weiß nicht. Oh, geiler. Ach, guck mal, was hier oben alles ist. Schleiche mal. Vielleicht sehen die mich dann ja nicht mehr. Ich habe jetzt natürlich auch viele Tränke verbraucht. Ich musste ja jetzt hier auch unbedingt jetzt was machen. Naja, egal. Hat ja auf jeden Fall Spaß gemacht. Solange die beiden da sind, ist das scheiße. Ach, fuck. Ja, Ende. So schnell konnte ich nicht ausweichen. Egal. Also diese Menschen, diese Mutanten, also diese Mutanten, äh, diese Menschen-Mutanten sind halt noch zu stark für uns. Gut zu wissen. Ohala. Alles einstecken, was Geld bringt. Krass, dass die eigentlich hier auch noch Radio haben. Oh, den Löffel brauchst du nicht mehr. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Ach, das war's schon. Na, geh zurück. Okay, hier ist nichts. Wir gehen das nicht mal durch, Falk. Und Rezept für eine Suppe. Noch ein Rezept für eine Suppe. So, noch eine Anleitung. Ach, da kann ich nicht machen. Verschlossen. Tagebuch einer Kellnerin. Ja. Haben wir doch schon einiges gefunden. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob da schon was draufsteht. Je nachdem, ähm, wo er jetzt hin wollte. Äh, ausgekochte Outlaw Ray, äh, Handvoll Splitter. Outlaw Ray wird im Kopfgeldinger verfolgt. Er will, dass ich ihm helfe, den Auftraggeber zu finden und alle Steckbriefe aus der Welt zu schaffen. Ray will vor dem Eingang des Forks auf mich warten, um mit mir gemeinsam in die Wüstenstadt zu gehen. Ähm, und, äh, der Outlaw Ray ist ein missteres Kerl, aber er scheint auch ein vielversprechender Waffengefährte zu sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Das ist da hinten? Oh. Und das? Das ist auch da hinten. Okay. Dann doch, so wie ich sagte, hier hab ich ja jetzt ein Portal gefunden. Ich reise jetzt hier hin und geh dort hoch zur, ähm, Kuppelstadt. Und guck mal, was ich da jetzt halt, ob ich da vielleicht auch irgendwie was finde oder sonst irgendetwas. Weil das ist ja jetzt alles noch ein bisschen weiter weg. Und geht jetzt so langsam in Richtung, ähm, Wüste. Was ja zwar ganz gut ist, aber, ja, da krieg ich die Sache noch nicht, krieg ich noch nicht weg. Nee, nee. Okay, ähm. Wollen wir hier klauen? Truhe verschlossen. Erstmal wieder gucken, ob da jetzt einer kommt. Die sind fröhlich am Arbeiten. Lass mich schnell rein da. Nee. So. Schön sauber alles mitgehen lassen. Hocker. Ach so, ja, ich kann mich ja jetzt hinsetzen, stimmt. Äh, will ich aber nicht. Ich wollte das rohe Fleisch. Nein. Ah, ich will mich nicht hinsetzen. Ich will die Brause haben. Okay. Gut. Äh. Nach oben war das, ne? Die ist da oben. Vielleicht kommen wir da ja auch ganz einfach hin. Ach ja. Äh, da weiß ich noch ganz genau. Ihr seid noch zu böse. Für mich. Ich weiß nicht, ob ich da so hochkomme. Ich kann's versuchen. Ah, wird schwer. Okay. Das ist ja lustig. Ich find das mit diesem Jetpack echt lustig. Boah. Das war... Nein, nein, nein. Nein, nein. 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 Das hat nicht mehr gezündet. Oh, nee. Jetzt muss ich alles nochmal sammeln. Mist. Das machen wir jetzt aber im Schnelldurchgang. Schnell im Durchgang. Äh, schnell im Durchgang. Im Schnelldurchgang. Und dann gehen wir jetzt den einfachen Weg. Wir gehen den einfachen Weg. Ah, die Viecher sind aber da. Muss ich halt anders rum gehen. Muss ich einen Umweg machen. Puh. Da... Genau, da ist der Zugang. Was ist das denn? Mhm. Oh je. Diese ekelhaften Ratten, ey. Da oben ist der Zugang. Ich könnte jetzt... Oh, hallo. Oh, den... Speichern wir eben ab. Eigentlich müssten wir den jetzt so langsam packen. Jawohl. Jawohl. Na, geht doch. Das ist wieder so ein Raptor. Hinten läuft irgendwie irgendwas anderes, hundeartiges wieder rum. Mhm, 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 mhm. Ach, schon wieder so ein großes Vieh. So eine Waffe ist kein Spielzeug. Wow. Das sollen die mal machen. Der ist ziemlich stark. Da ist noch Totenkopf dran. Habe ich ja übrigens gelesen, ähm, bei den Tipps, dass, äh, man noch die Finger lassen soll von so Viechern, wo Totenkopf dran ist. Man kann töten, aber, äh, man könnte auch rein theoretisch gewinnen, aber könnte auch schwer sein. Was ist denn? Achso, das ist dieser Händler, der von den Wächtern begleitet wird. Dann gucken wir erst mal hier. Ähm, okay. Diebe oder... Speichern nochmal. Ich weiß, ich speichere total oft bei dem Spiel, aber... Es ist für mich halt... Es ist halt für mich eine gute Sicherheit, so oft zu speichern. So, wir gehen da jetzt natürlich ohne Vorurteile hin. Wir sagen jetzt so, hi, und... Wir sind jetzt hier. Wir wollen nichts Böses. Mhm. Wer seid ihr? Geht's euch gut? Wenn ich etwas als Kunst bezeichnen würde, dann diese Kuppel. Ein wahres Meisterwerk der Technik. Outlaw. Da ist er selbst dran schuld. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Wenn die falschen Leute Wind von euren Plänen bekommen... Das passiert sowieso nicht. Die Kleriker hören nur das, was sie hören wollen. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du's denn schon versucht? Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Outlaw. Erstmal was trinken. Erstmal was trinken. Ich weiß, von wem du redest. Kann man denn bei euch... Nee, man darf bei euch nicht klauen. Wenn das jemand hirrt. Werdet ihr ganz püssig? Und was sind das denn da hinten für welche? Oder muss ich mal ganz schnell hin? Hallöle. Hallöle. Ach, du bist ein Händler. Hallo, Fremde. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Scepter. Kaldanshammer. Nee, Plasmagewehr. Kann ich sogar schon. Nee, doch nicht. Nee. Ach mein Gott, schwarze... Schachterhemd. Apfelschnaps, Brennstoff. Nö, ich brauche nichts. Okay, Leute. Aber ich verabschiede mich hier erstmal und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann. KommComCom.